Hallo, hier ist der Spielhorst. Wir spielen heute wieder ganz gemütlich eine Folge World of Warcraft Shadowlands. In dieser Folge möchte ich euch erklären, wie ihr dieses Reittier, das Schwarmbewusstsein, bekommen könnt. Ganz gemütlich natürlich. Wenn es euch gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Also, ich fange einfach mal an. Allein ist es unmöglich, das Schwarmbewusstsein zu bekommen. Ihr braucht tatsächlich eine Fünfergruppe. Meine Empfehlung dafür ist die Community Simons Erfolgs Run. Die Community besteht für viele verschiedene Erfolge und noch viel mehr als die Erfolge. Den Discord-Link zur Community, den poste ich euch in die Beschreibung unten rein. Auf dem Discord-Server gibt es dann einen eigenen Channel für das Schwarmbewusstsein, für dieses Reittier, das ihr hier seht. Dazu gibt es in dem Discord-Channel auch einen ausführlichen Guide, der keine, wirklich keine Fragen offen lässt. Das versteht jeder. Sogar ich habe es verstanden und ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer. Da gibt es außerdem mehrere Termine, dieses Reittier pro Woche zu bekommen. Also, meine Empfehlung, die Community Simons Erfolgs Run. Link zum Discord ist in der Beschreibung drin. Dieses Reittier kann sich jeder holen. Wirklich, wenn ich sage jeder, dann meine ich jeder. Egal ob LKW-Fahrer, Schichtarbeiter, Student oder alleinerziehende Mutti. Das Reittier kann wirklich jeder bekommen. Einzig und allein lesen und schreiben musst du können und natürlich WoW spielen. Aber das ist ja klar. Die Termine, die werden per Discord kommuniziert und gegebenenfalls gibt es Vorbereitungsaufträge. Bei mir war das zum Beispiel so, das lief relativ spontan. Ich habe mich da im Discord mal angemeldet für so, eigentlich nur mal Interesse bekundet und da hieß es, ja, wenn du was Bestimmtes machst, nämlich wenn du so ein blaues Monockel holst, dann kannst du morgen gerade mit. Ja, das heißt, da war der Vorbereitungsauftrag klar. Ich habe den angenommen, ich habe dieses blaue Monockel gefarmt und der Platz war frei. Ich konnte direkt am Tag darauf mit. Wenn ihr flexibel seid mit den Terminen, wenn ihr da auch im Voraus ein bisschen planen könnt, sollte eigentlich für jeden machbar sein oder auch ohne Vorbereitungsauftrag. Ja, ist der Termin dann fix bekannt, dann benötigen vier von den fünf Spielern einen Talisman und eines von vier Monockeln. Es gibt ein rotes, ein gelbes, ein blaues und ein grünes. Der fünfte Spieler benötigt nur den Talisman, den kann man sich in Schadrat für ein paar Gold kaufen. Die Monockel hingegen sind längere Rätselaufgaben. Wie gesagt, Monockel gibt es als Vorbereitungsaufträge, wenn du keine Vorbereitungsaufträge machen willst oder machen kannst, dann geht der fünfte Platz an dich. Du musst dir jedoch dann in Schadrat den Talisman kaufen. So, wie geht es dann weiter? Der Start, der ist in Suramar. Die Positionen, die Spieler werden auf die Positionen aufgeteilt. Die vier bei den Monockeln, das seht ihr auch im Bild. Der Gruppenleiter, das war Jurya von der Community, der hat uns Monockelträger mit seinem schönen Drachen an die jeweilige Position geflogen. Und der fünfte Spieler, der ging in ein Haus, wo bunte Lichter so einen Eingang von dem Haus versperrt haben. Dann, an der Position angekommen, hat jeder von den Monockelträgern den Talisman angezogen und das Monockel. Wenn man das Monockel angelegt hat, dann konnte man diesen Mob, der da steht, auch angreifen. Dann haben wir gleichzeitig den Mob runtergeschlagen auf 10%. Dann kam das Go, da haben wir den wirklich runtergehauen und bei 1% heilt er sich über 6 Sekunden lang. Während der sich heilt, ist die jeweilige Farbversperrung für das Haus, wo der fünfte Spieler steht, frei. Das heißt, wenn wir vier die Mobs gehauen haben und die haben sich gleichzeitig geheilt, dann konnte der fünfte Spieler ins Haus rein, das Haus betreten. Dieser Spieler hat dann eine Kugel in dem Haus angeklickt und wenn er die Kugel angeklickt hat, hat er Schaden bekommen und wurde rausgebordet. Gegebenenfalls stört der auch. Bei uns ist der Spieler beispielsweise gestorben. Dieser Spieler muss jetzt die exakte Schadenzahl inklusive dem Schaden über Tod herausfinden im Kampflog und den anderen Spielern mitteilen. Denn diese Schadenzahl ist der Code für das nächste Rätsel. Das nächste Rätsel dann hat uns in die Instanz Hof der Sterne geführt. Und zwar in das Haus nach dem ersten Boss zu einer Katzenlady mit ihren 5 Kätzchen. Diese Katzen müssen jetzt in einer bestimmten Reihenfolge gemäß dem Code, den wir im vorherigen Rätsel herausgefunden haben, gestreichelt werden. Und zwar pro Ziffer des Codes muss man eine bestimmte Katze streicheln. Beispielsweise der Spieler hat 17.231 Schaden bekommen. Dann streichelt Spieler 1 einmal, Spieler 2 siebenmal, Spieler 3 zweimal, Spieler 4 dreimal und Spieler 5 einmal. So dass die 17.231 die jeweilige Anzahl zum Streicheln der Katzen ist. Danach rennen die Katzen alle im Kreis in dem Haus wie verrückt rum. Es erscheint eine Kugel, die zum nächsten Rätsel führt. Hier müssen wir nun den Abgrund mithilfe dieser Plattform überqueren und zur gegenüberliegenden Seite kommen. Die Plattformen müssen alle in einer bestimmten Reihenfolge bestiegen werden, damit alle Spieler gleichzeitig die gegenüberliegende Seite erreichen. Aber immer nachdem zwei Sprünge durchgeführt wurden, verschwinden die früheren beiden Plattformen wieder. Danach, wenn wir alle auf der anderen Seite angekommen sind, geht es durch die Tür zum letzten Rätsel. Bei diesem Rätsel, da kennt ihr vielleicht das Spiel von einem Farmer, der einen Wolf, einen Schaf und einen Kohlkopf über einen Fluss bringen musste. Nur das ist jetzt halt mit fünf Spielern. Die schwarze Platte, die bringt die Spieler rüber, über dieses Lava-Becken. Aber es kann nicht jeder bei jedem mitfahren. Nachdem dieses Spiel auch abgeschlossen wurde, geht es durch die Tür in den allerletzten Raum. Hier stellt sich jeder in eine Fläche rein und klickt den Mob an. Dann gibt es so eine kleine Animation und das Reitier geht in die Tasche von jedem Spieler. Was noch zu erwähnen ist, ist, dass alle Gruppenmitglieder da jetzt aufsteigen können, beziehungsweise Gruppenmitglieder, die mit einem Teil meiner Gruppe das Reitier geholt haben. Nur diese können da jetzt aufsteigen und pro Gruppenmitglied erhöht sich die Reitiergeschwindigkeit um 10%. Das heißt, wenn wir jetzt zu 15 in der Gruppe sind, dann steigen vier Leute auf, die das mitgeholt haben, die irgendwie mit verbunden sind mit dem Schwarmbewusstsein. Dann erhöht sich die Reitiergeschwindigkeit um 40%. Zufällige Spieler, die das nicht mit uns in der Gruppe geholt haben, sind nicht mit diesem Schwarmbewusstsein verbunden. Und da zählt der Reitiergeschwindigkeitsbonus auch nicht mit rein. So, das wirklich ganz in aller Kürze. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dem Rätsel, zu der Sache mit den Katzen allgemein, wie man die Monokel farmt, wenn ihr euch fragt, wie man einen Termin kriegen kann, dann könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Noch besser, joint direkt den Discord. Da habt ihr wirklich Schritt für Schritt die Anleitung. Ihr könnt Termine abmachen. Das funktioniert alles wirklich super. Von meiner Seite nochmal einen großen Dank an die Community Siemens Erfolgsrun, an alle Organisatoren, an den Gruppenleiter Jürja und an alle, die noch mit dabei waren von der Gruppe. Das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und wenn ihr hier mal was Bestimmtes sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, dann verpasst ihr kein Video mehr. Gemütliche Größe vom Spielhorst.